Musik Guten Tag, guten Morgen! Ich bin gerade bei dem Stadtwerk in Kaiserslautern. Ich hatte hier die Backe, einen R920 kompakt. Und er geht nach Dubweiler, das ist alles. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, den Bagger habe ich dann nach Dudweiler gefahren und bin dann zurück nach Homburg auf unsere Baustelle und habe dort diesen Liebherr L566 Radlader geladen. Der ging zurück auf unser Lager. Bis zum nächsten Mal. 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 Da vorne ist das Tor, da wäre ich normalerweise rückwärts reingefahren und hätte den Baguette geladen. So musste ich den Baguette durch dieses Tor raus auf die Straße schaffen. Komplett alleine. Aber seht selbst. So war es. So war es. So war es. So war es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020